herzlich willkommen auf meinem kanal zunächst einmal möchte ich mich bei allen abonnenten bedanken und bei allen die mir einen daumen nach oben gegeben haben ja es gibt wieder einen neuen vortrag aus meinem fundus und ich bin gespannt wie ihnen die hörprobe gefällt die ich jetzt online gestellt habe und sollten sie gefallen daran finden dann können sie den ganzen vortrag in meinem shop auf www.angelikalex.de bestellen ich bedanke mich für ihre interesse und freue mich auf ihr abo oder ihren daumen hoch und was wirklich ein keynote ist es steht auch in den arzneimitteln lehren so akonit ist so hellsichtig der sagt dir den todeszeitpunkt voraus von sich selbst und von anderen und träumt den auch oder stellt euch vor du bringst ein totes kind zur welt gab es ja nun gibt es heute immer noch aber das gab es ja früher nun ganz oft oder die frau stirbt im kindbett oder in der schwangerschaft sind akonie zustände und es ist auch ein asthmamittel weil es angst hat zu ersticken also arsen und akonit wenn ein asthmatiker zum beispiel habt natürlich kannst du asthma konstitution also du müsstest das konstitutionsmittel finden für denjenigen was nicht immer leicht ist du kannst den wunderbar mit akupunktur begleiten bei den asthmatiker aber du kriegst es ja halt nicht immer gleich hin und für die zeit so als notfallmittel kannst du dem asthmatiker akonit geben rescue und arsen und immer wenn so ein asthma anfall kommt kann er das damit probieren und da würde ich immer an der ebene der c 40 bleiben oder eben in der c 30 ja und es hat vielen schon geholfen die asthma haben die bei mir in der behandlung waren asthma ist auch relativ schwierig zu behandeln weil die etiologie schwer ist weil es will sich nicht jeder öffnen für ich habe schon schon mal auf dem scheiterhaufen gebrannt also das ist dann schon schwierig wenn du dann der oma weiß ich nicht sagst wollen wir mal in ihre alten leben gehen dann kommt ihr nicht mehr wieder also die alten leute die ich behandelt habe ich oft asthmatiker dabei das waren oft halt auch kriegsjahrgänge die wirklich angst hatten bomben alarm verschüttet gewesen schrecklichen vater gehabt wo nur gezüchtigt wurde und sowas alles und wenn da ist es natürlich dem arsen ähnlich weil wenn du nur noch angst haben muss weil du jetzt geprügelt wirst dann dann ist akunit auch ein mittel dafür ja gehören die beiden irgendwie zusammen so ich melde mich noch mal bei ihnen um zu hören ob ihnen meine hörprobe zu den jeweiligen vorträgen oder auch unterrichtsmaterialien gefallen haben wenn dem so sein sollte vergessen sie nicht einen daumen hoch und ein abo sofern noch nicht geschehen und für weitere informationen stehe ich ihnen natürlich selbstverständlich gerne zur verfügung sie können mir gerne eine e mail schreiben oder mich auch anrufen dann kann ich ihnen weitere informationen dazu geben ja vielen dank für ihr interesse für ihre aufmerksamkeit und bis bald ihre angelika lex und bis bald